ja und ich sag mal herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge da sieht man es in den news Ibrahimovic mit Top-Leistung, Rashford besiegelt, intern Niederlage ja letztes video habt ihr es gesehen wir haben das spiel gespielt gewonnen 2 zu 0 auf stufe profi bin ich sehr überrascht von mir selbst erst mal und ja jetzt starten wir hier wieder gleich rein kommt das Achtelfinalspiel in der EuroLeague ach du Paco 14 Tore wir hatten ja 1-0 gewonnen im Hinspiel vollständig hoffe dass er wieder zur Mannschaft gehöre selbstverständlich und er hat eine sehr gute Moral weiß aber nicht ob ich ihn wirklich einsetze Ibrahimovic hat alles gegeben komm er ist so glücklich Ibrahimovic Neto und ich würde ihm auch wieder eine Chance geben ich glaube dass er da schon seinen Platz gefunden hat in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld kann beides und 0 zu 0 oder 1 zu 0 1 zu 1 gut dann muss man rechnen dass man von Neapel auch Tore kassiert wir haben in der Liga jetzt 4 Punkte Vorsprung vor Inter und schon 14 vor FC Turin 6 Punkte bis an die Spitze die werden wir wohl nicht mehr aufholen ähm bestes geben zack selbstverständlich gab ein 1,1 Millionen ja ähm ähm jetzt kommt an so fahrt die wieder ins spiel Marcos Rashford und Ibrahimovic oh Bola Ventura ach siehste Donnarumma der Donnarumma der sollte auch noch rein ein bisschen Rotation muss sein ne und dann geht's mal ab dafür zwei Siege eine Niederlage zuletzt für Udineser 4-1 Vati Rashford sehr schön Martinez ist gekommen für muss offensichtlich auch einen guten Job ausgeführt haben und sieben Punkte Vorsprung vor Inter das beruhigt mich tatsächlich etwas wird dann wahrscheinlich trotzdem nur Vizemeisterschaft aber ja ich sag mal für die Zukunft ne so also Vati mit 16 Toren Lukaku 30 30 Tore schon das ist echt der Hammer also ich hoffe natürlich dass Luis Suarez nächstes Jahr ordentlich Gas gibt ich glaube wie man sieht Pimote Calcio null Niederlagen und wir haben aber genau jeder die gleichen Tore geschossen ne 85 85 also ich glaube da hat sich bei uns einiges getan und ich glaube da sind wir auch ganz gut aufgestellt und vielleicht werden wir einfach mal einen Transfer demnächst tätigen in der neuen Saison einfach nur ein aber dafür den Hammer halt ne Rodriguez zwei Monate verletzt ja mein Gott Simeone Bruno möchte weg wir gucken mal was wir da machen können den übernehmen wir einfach erstmal ach Kinder ach Kinder so dann halten wir mal das Training ab ich denke wir schauen mal nach einem linken Verteidiger zukunftsmäßig in der neuen Saison dann Trainer Auszeichnung tja wer hätte das gedacht jetzt Aas Rom auch ein Spitzenspiel Rodriguez auf jeden Fall auch ein paar Nachwuchsspieler hochgezogen ich bin ich bin von dem Martinez tatsächlich angetan oh Hernandez hat 82 rechter Verteidiger rechter Verteidiger Innenverteidiger das sind so das was wir jetzt im Auge behalten müssen für die neue Saison dann Rashford auf 87 tja ist die Frage Ibrahimovic rein raus bleibt auf der Bank würde ich sagen schweren Herzens man könnte Rashford auch ins Mittelfeld ziehen oder nach links wie gesagt Möglichkeiten gibt es da viele aber ich glaube Ibrahimovic als Joker das ist schon okay in der neuen Saison muss man sich überlegen wie wir das mit Suarez machen weil den würde ich schon gerne erstmal spielen lassen im Viertelfinale gegen Wolfsburg ähm da müsste ich eigentlich direkt Amps dazu holen ähm ja ich habe mal die Amps dazu geholt hallo ähm weil wir spielen in der Euroleague im Viertelfinale gegen Wolfsburg wir werden das natürlich simulieren aber Amps ist nämlich ein Wolfsburg Fan ja und wünschst du mir Glück dass ich gewinne gegen Wolfsburg oder würdest du dich freuen wenn Wolfsburg es schafft mich abzuziehen wenn Wolfsburg es schafft dich abzuziehen ich möchte dir aber keine Hoffnung machen weil das wird wahrscheinlich nicht passieren hoffe ich das glaubst doch nur du wir werfen gleich mal einen Blick rein ähm ja Pressekonferenz ich werde ich einfach gleich mal teilnehmen aber ich schaue mir erst die Mannschaft an Torwart jetzt kommt Neto rein wir spielen mit unserem Innenverteidiger und der Rest bleibt so so jetzt kommt die Pressekonferenz und ja tipp mal dein Ergebnis für das erste Spiel weiss ich mich wir kommen doch zum Spiel wir werden siegen der Gegner weiß das das doch mehr aber ruhig mal sagen nein sehen nach dem knappen Spiel ging aus rum taktische Änderungen von Nöten schließlich gilt Wolfsburg als schwächeres Team ähm die Jungs geben immer alles sag ich und das ist einfach so nein gehen sie davon aus wir können noch mehr ich denke auch da ist noch Potenzial nach oben ähm und wir simulieren die letzten Spiele von Wolfsburg die haben sogar 2 zu 0 gegen Ars Rom gewonnen und wir haben nur 1 zu 0 gewonnen also wir schauen jetzt mal yes und das ist eine deutliche Ansage 3 zu 0 im ersten Spiel Herr Namens hat sich verletzt ähm ich würde sagen im Rückspiel müsste ja Wolfsburg 4 zu 0 gewinnen und ich sag einfach mal das ist absolut unrealistisch 6 Wochen wird Hernandes ausfallen gut jetzt haben wir eine Schwäche in der linken Verteidigung Tja, Ems, was sagst du dazu? gar nichts bist du auch ein bisschen sprachlos, ja? Tja, wir müssen ein paar Spieler schonen hätte ich jetzt beinahe gesagt und zwar werde ich Rashford mit Ansofati austauschen Ibrahimovic wird spielen und Ansofati bleibt dann noch mal zuhause Den hätte ich gerne wieder gegen Wolfsburg aufgestellt und wir schauen mal das sollten wir auf jeden Fall gewinnen ach siehste, Donnarumma hätten wir einwechseln müssen aber 5 zu 1 3 Tore allein von Markus Reschford Ibrahimovic tja, was sagen wir dazu das sieht schon mal nicht schlecht aus Spieler verletzt 6 Wochen Ruben Dias und noch ein Verteidiger der uns davon gebrochen ist das könnte gegen Wolfsburg entscheidend sein 2 Verteidiger verletzt Allerdings, wie gesagt, die müssen 4 zu 0 gewinnen und das lassen wir nicht zu ich meine, wir könnten das Spiel ja gegeneinander spielen Könnten wir machen aber das Problem ist ich würde ihn wahrscheinlich sehr hoch gewinnen weil ich würde dich nicht gewinnen lassen du hast mich noch nie gewinnen lassen aber so erst recht nicht so ich habe halt ein dickes Problem in der Verteidigung jetzt ich muss alle Nachwuchsspieler einwechseln ähm tja er ist angeschlagen ich könnte ihn aber auch einsetzen vielleicht geht das er tauscht mit Ibrahimovic und so ja, was meinst du? möchtest du gegen mich spielen? ja gut, ich würde sagen, wir beenden aber dafür jetzt ganz kurz die Aufnahme und ähm beginnen die neue Folge mit dem Spiel der Enzo gegen Ems lasst ein Like und ein Abo da wenn euch das Video gefallen hat und tschüss, tschau, bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal